Freunde, Freunde, ich begrüße euch wie immer jetzt an meinem Daily Vlog und hoffe, es geht euch gut. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Lübeck und ja, ihr seht, die Sonne scheint, aber alles ist absolut weiß und ja, schauen wir mal, was der Tag so bringt, ne? Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.